Wir haben jetzt schon ein ganz respektables Verständnis für das Periodensystem und für die Atome da drin. Und jetzt sind wir eigentlich soweit, um uns mal mit den Molekülen beschäftigen zu können. Und dafür muss man die irgendwie darstellen und das machen wir mit Formeln. Da gibt es zwei, na genau gesagt sogar drei Möglichkeiten, um die Formeln darzustellen. Die erste ist die molekulare Formel. Molekulare Formel. Die andere ist die empirische Formel. Die mache ich mal in einer anderen Farbe. Die empirische Formel. Empirische Formel. Was meint das? Was ist der Unterschied? Vielleicht sollte man zunächst mal über empirisch reden. Und denn mein Lehrer, mein Chemielehrer in der Schule hat immer dieses Wort benutzt. Damals habe ich das eigentlich noch gar nicht richtig verstanden, was das bedeutet. Aber es bedeutet im Kern, dass wir das Ganze durch eine Beobachtung oder durch ein Experiment herausgefunden haben. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, er hat empirisch herausgefunden, dass XY gleich Z ist, dann hat er ein Experiment gemacht. Die molekulare Formel bezeichnet die genaue Anzahl der Moleküle in der Formel. Und die empirische ist eben, was die Leute so beobachtet haben, was sie herausgefunden haben. Und was sie zum Beispiel herausgefunden haben, bevor es das Periodensystem gab, ist, wie das Verhältnis von Atomen in einem Molekül ist. Ich gebe dir da mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir beispielsweise mal das Benzol. Benzol. Da ist die molekulare Formel ist C6 und H6. Also sechs Kohlenstoffe und sechs Wasserstoffatome. Wenn du jetzt ein Chemiker im 19. Jahrhundert gewesen wärst, hättest du herausgefunden, dass du zum Beispiel einen großen Sack von Benzol hast du herausgefunden, dass das Verhältnis von Kohlenstoff und Wasserstoff 1 ist. Also für jeden Kohlenstoff hast du einen Wasserstoff drin. Du weißt nicht in Wirklichkeit, dass jedes Kohlenstoffatom, dass da sechs Stück drin sind. Aber jeder Kohlenstoff hat eben einen Wasserstoff. Du kannst also von links nach rechts gehen. Du schaust dir einfach da mal den größten gemeinsamen Teiler an. Bei 6 und 6 ist es natürlich 6. Dann teilst du das Ganze eben durch 6 und dann kommst du eben mit CH raus. In die andere Richtung kannst du nicht gehen, weil du da Informationen verlierst. Du weißt bei dem CH nicht, es ist C2, H2 oder was ist da. Und es gibt eben auch noch eine dritte Möglichkeit. Das ist die Strukturformel. Wir werden das hin und wieder mal machen. Und ich zeige dir das jetzt mal für das Benzol. Und die Strukturformel sagt, wie die Molekularformel eben genau aussieht als Molekül. Wie die Atome eben angeordnet sind. Im Benzol ist es so, das ist also ein Sechseck. Und an jeder Ecke hast du ein Kohlenstoffatom. Kohlenstoff, 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 Kohlenstoff und Kohlenstoff. Und sie haben Doppelbindungen. Jede zweite Bindung ist eine Doppelbindung. Und dann haben sie an jedem Kohlenstoffatom ist eine einzelne Wasserstoffbrückenbindung mit einem Wasserstoff eben dran. Ich mache wieder eine andere Farbe. Ich mache es mal in Magenta. Wasserstoff in Magenta. 1, 2, 3, 4 Wasserstoffe, 5 und 6, 6 Wasserstoffe. Die meiste Information bekommst du also über die Strukturformel. Wenn du dir jetzt überlegst, naja, wie reagiert das jetzt also mit anderen Stoffen? Dann schaust du dir die Strukturformel an. Die empirische Formel gibt dir am wenigsten Informationen. Die sagt dir nur was über das Verhältnis der verschiedenen Atome da drin. Und da machen wir jetzt einfach nochmal ein paar weitere Beispiele. Nehmen wir beispielsweise mal Wasser. Und die Molekularformel, die kennst du natürlich. Das ist H2O. Wie wäre jetzt die empirische Formel dafür? Und jetzt schauen wir uns mal das Verhältnis an. Also für jeden Sauerstoff hast du zwei Wasserstoffe. Du hast also die Hälfte vom Wasserstoff. Vom Sauerstoff hast du Wasserstoff. Und was ist da der größte gemeinsame Teiler? Das ist natürlich eins. Also kannst du in dem Fall, kannst du gar nichts weiter machen, ist die molekulare Formel gleich der empirischen Formel. Nämlich H2O. Nehmen wir mal Schwefel. Das ist ein sehr, sehr interessantes Molekül. Und nehmen wir mal Schwefel. Schwefel. Herr Schwefel. Und wie sieht Schwefel also aus? So, jetzt klappt's. Die Molekularformel für Schwefel ist S8. Das ist also ein Achteck. Also eine Kette von Schwefelatomen. Und die empirische Formel. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast jetzt einfach einen Sack von Schwefel hast, dann weißt du ja nicht, wie die angeordnet sind. Und deswegen teilst du das Ganze hier doch 8. Und dann bleibt einfach S übrig. Alles, was hier übrig ist, ist Schwefel. Und nehmen wir mal Glucose. Also Zucker. Glucose. Die molekulare Formel ist C6, H12 und O6. Also bei jedem Kohlenstoff, für jeden von den 6 Kohlenstoffatomen, hast du 2 Wasserstoffatome. Und jeweils ein Sauerstoffatom. Jetzt reduziere ich das auf die empirische Formel. Ich teile das Ganze durch 6. Was kommt dann raus? 1 Kohlenstoff, 2 Wasserstoffe und 1 Sauerstoff. Das zeigt dir einfach nur das Verhältnis der Atome in einem großen Sack von diesem Stoff. Wenn du jetzt einen großen Beutel Zucker hast, dann wäre das Verhältnis Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Sauerstoff, CH2O. Und das sind einfach verschiedene Möglichkeiten, um sich die Massenzusammensetzung von verschiedenen Stoffen auch mal anzuschauen. Dafür ist eigentlich die empirische Formel ganz gut. Und wie finde ich eigentlich die molekulare Masse raus? Das ist jetzt ein weiterer wichtiger Punkt. Die molekulare Masse. Die molekulare Masse. Und die erste Frage ist, wie finde ich die raus? Und das ist in einem Molekül, ist einfach die Summe der Atome in einem Molekül. Wenn wir jetzt beispielsweise die molekulare Masse von Benzin rausfinden wollen, dann machen wir das so. Und was ist also die Masse von einem Molekül von Benzol? Also addiere ich die Summe der sechs Kohlenstoffatome mit den Wasserstoffatomen. So, machen wir das mal mit Benzol. Molekulare Masse von Benzol. Sechs Kohlenstoffe und sechs Wasserstoffe. Was ist die Masse von einem Kohlenstoffatom? Dann schauen wir uns jetzt wieder das Periodensystem an. Und das kommt jetzt hier von dem Los Alamos Labor. Die Atommasse sehe ich nämlich hier. Ich habe jetzt dieses Periodensystem genommen, weil das vorherige, das war ja von Wikipedia, und da waren die Atommassen noch nicht mit drauf. Hier habe ich das jetzt also mit drauf. Und jetzt müssen wir uns die Atommassen anschauen. Jetzt erinnern wir uns mal, wie ist die Atommasse von Kohlenstoff? Das ist die Anzahl der Protonen plus die Anzahl der Neutronen. Also sechs Brunnen und sechs Neutronen. Gibt sechs und sechs, gibt zwölf. Warum steht hier 12,01? Denkt dran, es gibt auch noch Kohlenstoffisotope. Das meiste ist das C12. Es gibt auch ein C14. Aber das C12, das ist viel, viel häufiger und deswegen ist hier die mittlere Atommasse 12,01. Also, Kohlenstoff hat die Atommasse von 12 atomare Masseneinheiten, AMU kann man da auch schreiben. Das ist zwar winzig klein, aber es ist immerhin noch eine Masseneinheit. Das ist also ein winzig-winzig kleiner Teil von einem Gramm oder einem Kilogramm, aber es ist eine Masseneinheit. Und der Wasserstoff, schauen wir uns wieder das Periodensystem an. Hier, Wasserstoff ist hier oben. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Die Atommasse ist ja 1. Die Atommasse ist 1,008. Und das zeigt dir, dass der meiste Wasserstoff auf diesem Planeten hat eine Atommasse von 1. Und es sagt uns im Wesentlichen, dass es keine Neutronen gibt. Also, Wasserstoff ist eigentlich einfach nur ein Proton. Das ist ein einzelnes Proton. Wenn du das jetzt Wasserstoff, wenn du Wasserstoff ionisieren willst, wenn du es anionisieren willst, wenn du einen Elektron wegnimmst, hast du nur noch ein Proton übriger. Ein einzelnes Proton hast du dann nur noch. Und also ein einzelnes Proton ist das gleiche wie ein Wasserstoffion. Also wirklich einfach nur ein Proton. Die Masse ist auf jeden Fall 1. Und es hat also kein Neutron drin, sonst hat es die Masse von 2. Es ist nur ein Proton. Und deswegen hat es die Masse von 1. Eine atomare Masseneinheit. Was ist die Masse von einem Molekül Benzol? Das ist 6 mal Kohlenstoff, also 6 mal 12, plus 6 mal die Masse von dem Wasserstoff. Gibt also 6 mal 12, ist 72 plus 6. 72 plus 6 ist 78. Und was machst du jetzt, wenn jemand hergeht und sagt, wie viel Prozent Kohlenstoff ist in dem Benzol drin? Gut. Der Kohlenstoffteil ist also 72. Das ist Kohlenstoff. Und was ist das für ein Prozentsatz? Das ist also 72 von 78. 72 von 78. Und was heißt, wie rechnen wir das mal aus? Da hole ich mal meinen Taschenrechner her. Schauen wir mal, wo ist denn dieser Taschenrechner? Und ich dachte mir, ich hätte ihn schon offen gehabt. Da ist er. Da ist der Taschenrechner. Okay, jetzt haben wir es gleich. 72 geteilt durch 78 ist gleich 0,92%. Also Benzol besteht zu 92,3% aus Kohlenstoff, wenn man es jetzt von der Masse her betrachtet. Die restlichen 7,7% ist dann der Wasserstoff. Gut. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie ist die Masse von einem Molekül Wasser? Wasser. Wir haben genug Wasser hier auf dem Planeten. Jetzt wollen wir mal wissen, wie schwer das ist. Die Masse von einem Wasserstoff ist 1. Eine atomare Masseneinheit. Und Sauerstoff hat 16. 16. Genau 16. Also auf dem ganzen Planeten hast du den Sauerstoff, hast du immer 8 Protonen und 8 Neutronen. Es gibt also 16. 16 ist die atomare Masseneinheit von Sauerstoff. Und die atomare Masse von dem ganzen Molekül habe ich zweimal die Masse vom Wasserstoff und ein Sauerstoff gibt 18, ist die atomare Masseneinheit für Wasser. Gut. Und wenn du jetzt wieder wissen willst, wie viel Prozent vom Wasser ist Sauerstoff, ist 16 von 18. Hören wir den Taschenrechner wieder her. 16 geteilt durch 18 gibt 88,8%. 88,8% vom Wasser ist Sauerstoff. 88,9% Sauerstoff. Also das meiste vom Wasser ist Sauerstoff. Obwohl du ja, das ist ja eigentlich ganz, ganz interessant, obwohl du zwei Wasserstoffe drin hast, ist, weil von dem Sauerstoff ist ja das 16 mal fache Masse, deswegen besteht das meiste vom Wasser aus Sauerstoff. Finde ich ganz lustig, dass das meiste vom Wasser eigentlich Sauerstoff ist. Und ja, aber in dem nächsten Video schauen wir mal, wie es auch rückwärts geht. Schauen wir uns im nächsten Video an. Und jetzt wollte ich euch noch mal was sagen über die Metalle. Und ich fand das ein bisschen komisch, warum diese Metalle in der Mitte Übergangsmetalle heißen. Ich habe das euch ja mal gesagt, diese grünen hier in der Mitte heißen Übergangsmetalle. Und diese hier rechts drüben, die heißen ja die Metalle. Und jetzt habe ich mal nachgeschaut. Und ja, also ich dachte mir, warum ist denn Eisen und Kupfer und Gold und Silber? Das sind für mich einfach typische Metalle. Warum heißen die Übergangsmetalle? Und die roten hier heißen reguläre Metalle. Und ich habe jetzt also nachgeschaut, für diese roten hier, die heißen also eigentlich schlechte Metalle, weil sie sind einfach weicher, sie haben einen niedrigen Schmelzpunkt. Also war meine Intuition schon ganz richtig. Wenn wir über Metalle denken, dann sind die eigentlich die richtigen Metalle, die so richtig, das sind diese grünen hier. Aber in der Chemie ist es ein bisschen anders. Erinnern wir uns mal daran, wer will seine Elektronen eigentlich sehr gern hergeben? Die hier drüben sind ja sehr elektronegativ. Sie möchten also ganz gerne Elektronen haben, sind also eigentlich gar keine guten Metalle. Also deswegen gab es auch eine gewisse Debatte, ob man die überhaupt Metalle nennen soll. Und deswegen sagen wir, es sind eben schlechte Metalle. Und jetzt verstehe ich das Ganze einfach ein bisschen besser, warum die schlechte Metalle heißen. Sie leiten Strom einfach schlechter, deswegen heißen sie schlechte Metalle.